Mein Name ist Dennis Scheck, ich bin Literaturkritiker. Mein Roman des Jahres stammt von einem österreichischen Autor. Der heißt Christoph Ranzmeier. Der Roman heißt Cox oder der Lauf der Zeit. Und der handelt von einem Uhrmacher und Automatenhersteller im 18. Jahrhundert, der eine Einladung erhält, eine Einladung an dem chinesischen Kaiserhof. Christoph Ranzmeier erzählt davon, was wir mit unserer Zeit machen und was die Zeit mit uns macht. Cox oder der Lauf der Zeit, erschienen bei S4.